Erklär uns mal dieses Spiel, das war erfolgreich, es war eine gute Eski Flensburg-Handewitt, aber war es auch ein gutes Handballspiel? Ja, es ist immer nicht einfach. Also das sind ja genau diese Spiele, die man zu Hause gewinnen muss. Aber man weiß auch, das werden meistens keine schönen Spiele, weil man hat die Müdigkeit in den Knochen. Von daher haben wir das gemacht, was wir machen müssen und immer gute Abwehr gespielt, guten Torwart, viele Gegenstöße gelaufen und vorne, denke ich, haben wir auch das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Und von daher, ja, hat jeder eigentlich trotzdem ein gutes Handballspiel gesehen. Okay, perfekte Analyse. Mal locker 60 Minuten durchgespielt und dann auch noch ein Interview bei Eurosport, da fühlt man sich gut, oder? Ah, ganz groß, ganz groß. Und es fing auch super an, erst mal gleich das erste Tor von dir. Erzähl mal, du kannst natürlich Handball spielen und du spielst Handball fantastisch und das ist ja nicht dein erstes Spiel über 60 Minuten gewesen. War es trotzdem ein bisschen anstrengender als sonst? Ja, wenn man nie viel Einsatzzeit kriegt, man kann im Training nicht simulieren, wie anstrengend das im Spiel ist und man ist schon platt danach. Wann fängt es an, dass die Aufregung nachlässt, also das Adrenalin und man wirklich im Spiel ist? Wie bitte? Wann fängt es an, dass die Aufregung weg ist, das Adrenalin so ein bisschen nachlässt und man wirklich im Spiel ist? Ja, wenn man merkt, dass die ersten Aktionen gut klappen, ich habe auch das erste Tor gleich getroffen, dann sackt das so ein bisschen. Aber das bringt natürlich total Spaß und dann freut man sich auch drauf auf die 60 Minuten. Deine Analyse als junger Spieler, das war auf jeden Fall ein gutes Spiel der SG, vor allen Dingen auch mal wieder in der Deckung, muss man sagen. Es war ein erfolgreiches Spiel, wir haben hier Champions League und wieder einen Sieg eingefahren, aber war es auch ein gutes Handballspiel? Ja, ich fand, wir haben in der Deckung gut gestanden, haben dann nach vorne gespielt, sicherlich vorne ein paar Fahrkarten dabei gehabt, aber das bleibt ja nicht aus. Also ich denke, es war in Ordnung. Weiter so, Malte Vogt, unser Youngster, über 60 Minuten im Einsatz. Sau geiles Spiel gemacht, also bist du mit deiner Leistung sicherlich zufrieden. Ja, ich denke schon, ich denke insgesamt haben wir eine gute Partie gemacht, haben von Anfang an gezeigt, dass wir Herr im Haus sind und das über die ganzen 60 Minuten, dass wir entscheiden. Und jetzt haben wir ein bisschen Pause, können Kraft tanken, uns vorbereiten auf das Endspiel in Moskau. War sehr, sehr anstrengend die letzte Zeit, vor allen Dingen auch nochmal die Heimfahrt aus Baling und so. Ich glaube, das ist auch nicht in die Knochen gegangen. Ja, natürlich. Es waren jetzt harte sieben oder acht Tage mit den vier Spielen, aber ich denke, wir haben das durch viele Wechsel gut kompensieren können. Und wir haben die Aufgabe natürlich optimal gelöst und können uns jetzt die nächste Woche wieder einspielen. Wir haben unseren Youngster eben schon interviewt, Malte. Wie hat er seine Sache gemacht aus deiner Sicht als Erfahrener? Na, sehr gut natürlich. Also er ist natürlich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Ich denke, das ist immer das Einfachste, anstatt einen Tag lang drüber nachdenken muss, als er heute spielt. Und ich denke, dafür hat er das sehr gut gemacht. Anders Eggert war erkältet, beziehungsweise hat richtig Grippe und so. Ich kenne das so, wenn man sich was Schönes vorgenommen hat, irgendwie ein tolles Handballspiel oder eine Geburtstagsfeier oder so, hat man immer Angst, dass man krank wird. Ist das im Hinterkopf drin, dass ihr euch jetzt alle angesteckt haben könntet? Er steckt schon in den letzten Wochen schon drin. Also Herr Rasmus war ja auch krank und ich glaube, es geht allgemein jetzt in der Bevölkerung sehr um. Ich weiß, meine Kinder waren alle krank und es ist nur mal so, dann müssen wir nur mal durch. Aber ich denke, das haben wir heute sehr gut kompensiert. Wie schützt man sich denn davor? Ich meine, ich bin ja selber Familienvater, ich kann meine Kinder küssen, dann melde ich mich halt krank im Sender. Was macht denn ein Handballprofi? Ja, man kann sich da eigentlich nicht vor schützen. Also entweder man kriegt es aber nicht. Aber man kann versuchen, sich gesund zu ernähren und hoffen natürlich, nichts zu bekommen. Aber man kann es nachher nicht ändern. Wir haben gehört, Erkältungen kommen von ihm. Vielen Dank, Holger Kladendorf. Vielen Dank, Herr Kladendorf.